Hey Sie, mit dem Tuch! Kommen Sie mal her! Judith! Los! Ich bin nicht der Täter. Ich bin eine Geisel. Stell dir irgendwelche Forderungen? Ich soll Ihnen Folgendes übermitteln. Ja, ist gut. Na? Was will er? Hasenrückenfilet und Himbeereis. Mit dem Pummel kannst du auf den Hausfrauensticht gehen. Da stehen die Freie an Schlange. Halt die Klappe! Was heißt das? Bist du eine Nutte? Herr Lopitz, wir waren bei den Nachbarn von den Schröders. Wissen Sie, was die gesagt haben? Der Schröder ist ein Ex-Bulle. Ja. Habt ihr noch nie ein Gesicht gesehen? Was ist denn das? Sex im Ruderboden. Na, und wenn das der Bankräuber ist und die Geiseln? Genau. Oben Herr Geisel, unten Frau Geisel und der Gangster hält die Lampe. Was? Fifty-fifty ist eine rasante Komödie über die vielen Möglichkeiten, eine geklaute Million zu teilen und trotzdem glücklich zu werden. Ist das auch wirklich alles? Traust du mir nicht? Doch, doch, klar. Fifty-fifty. Fifty-fifty! Nicht mit mir! Ich brauche ein Wort! Wir wollen hier schon... Kommst du endlich? Ja, doch, gleich! Wie lange dauert denn dein Gleif? Ach, ich will nur mein Lippenschiff nicht! Ach doch noch mal, hab dich nicht so affig! Kauf's da in den Neuen! Der Wagen ist weg. Hab da nicht so affig, kauf's da in den Neuen! Ich warte so lange, um zu sein, woher ich gehe, in der Sonne von deinem Leben! Fifty-fifty! wir gehen und gleich mit. Wir gehen, dass gehen wir hier,